Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Bern. Ich heisse Roland Neuhaus, ich bin Organist in Mauritius-Kilchen-Sahne. Mauritius-Kilchen ist bekannt durch das Menuin-Festival, das jedes Jahr hier stattfindet. Das Besondere daran sind aber auch die Wandbilder aus dem 15. Jahrhundert, die sehr wertvoll sind. Die Bilder, sie sind eigentlich die Bilderbibel von den armen Leuten gewesen. Sie wären der Reformation 1604 übertünkt worden. 1929 hat man sie wieder vorgeholten und restauriert. Das ist wohl das wichtigste Bild des Mauritius-Zyklus. Es zeigt die Enthauptung des heiligen Mauritius. Das Bild ist eines der finnsten Ausgeschaffenen. Offenbar war hier ein Meister am Werk. Es zeigt die ganze Weihnachtsdarstellung. Letztes Jahr sind die Wandmalereien sanft renoviert worden. Das braucht viele Fingerspitzengefühle von Fachleuten. Swisslos hat uns dabei mit einem namhaften Beitrag unterstützt. Expertise get itu sicher-sättest